ARD Text im Auftrag von Funk Komm, lass uns Feierabend machen. Der Tag war schon viel zu anstrengend hier. Ich bin so ungenüde. Ich auch. Es ist so heiß hier drin. Oh, was ist das denn? Will ich mir das ein oder hörst du da auch was? Ja. Lass mal kommen. Da sitzt ja noch jemand. Kann ja nicht wahr sein. Hallo? Wer bist du denn? Jan. Hey Jan. Wo ist meine Mama? Ich will zu meiner Mama. Hier war der Teufel los. Keine Ahnung. Sie war kurz angebunden. Ich werde mal eine Nachfrage beim Einwohner-Meldeamt machen, ob es weitere Anhöhe gibt. Könnten Sie mir vielleicht in der Zwischenzeit eine Person-Beschreibung von der Mutter geben? Also, ähm, dunkelbraune Haare hat sie. Genau. Sehr tätowiert an den Armen, das war auffällig. Beide Arme voll tätowiert. Mitte 20? Ja, würde ich auch denken, Mitte 20. Und haben Sie irgendwas rausbekommen von dem Jungen? Nein, leider nicht wirklich. Er fragt sich natürlich die ganze Zeit, wo seine Mutter ist. Er fragt ständig nach ihr. Sagen Sie, Sie haben noch mit der Mutter ganz kurz gesprochen. Welchen Eindruck hatten Sie sich auf sie gemacht? Hektisch. Ja, sehr nervös wirkte sie. Kurz angebunden, wollte nur was besorgen gehen. Und ja, als würde sie gar nicht wirklich hier sein wollen. Okay. Kam an und war es weg. Und? Die Kollegen haben Jans Großmutter ausfindig gemacht. Eine gewisse Hanna Bender. Und die wird in Kürze hier sein. Super. Das ist hier wenigstens mal was Gutes. Vielleicht kann die dann auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Lassen wir uns mal nach vorne gehen. Warten wir auf die Oma. Ja, also auch wenn die Polizei jetzt Jans Großmutter ausfindig machen konnte, ist für mich der Vorfall damit noch lange nicht erledigt. Denn sollte Alina Bender ihren Sohn hier mit Absicht zurückgelassen haben, dann besteht die Gefahr einer Kindeswohlgefährdung. Und dann müssen wir als Jugendamt schnellstens aktiv werden. Jans Oma Hanna Bender ist nach dem alarmierenden Anruf der Polizei sofort zum Indoor-Spielplatz geeilt. Die 47-Jährige hat ein flaues Gefühl im Magen. Denn ihre Tochter Alina würde den Kleinen doch nicht einfach so im Stich lassen. Alles in Ordnung? Ja? Hast du schön gespielt? Ja? Schön. Anna Bender? Ja. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Haben Sie einen Ausweis dabei? Habe ich bei. Können wir uns kurz mal unterhalten. Ja. Gehst du nochmal ganz kurz? Ja? Wir gehen gleich, ja? Frau Bender, die Kollegen haben ja sicherlich schon am Telefon mitgeteilt, worum es hier geht. Dass der Jan hier alleine zurückgelassen wurde, nicht abgeholt wurde. Ihre Tochter hat den Sohn hier abgegeben bei den zwei Mitarbeiterinnen und ist aber nicht wieder aufgetaucht. Und erreichen können wir es aber auch nicht. Also eigentlich verstehe ich das gar nicht. Das passt gar nicht. Und genau daran habe ich inzwischen so meine Zweifel. Ich habe in der letzten halben Stunde selber Nachforschung über ihre Tochter angestellt. Und ehrlich gesagt ist das nicht das erste Mal, dass sie bei uns auffällig geworden ist. Was soll das heißen? Letztes Jahr hat sie Jan allein in der Wohnung gelassen. Ja, sodass die Nachbarn sogar die Polizei gerufen haben, weil er so laut geweint hat. Und sie war wohl nur einkaufen. Tja, und vor wenigen Wochen hat uns die Kindertagesstätte darüber informiert, dass ihre Tochter ihn mehrfach zu spät, beziehungsweise sogar erst nach Aufforderung abgeholt hat. Ja, Sie müssen verstehen, sie arbeitet Vollzeit in der Küche als Köchin. Da ist sie natürlich manchmal ein bisschen gestresst. Ehrlich gesagt kommt sie mir dann nicht nur gestresst vor, sondern vielleicht auch ein wenig überfordert als Mutter. Was soll das heißen? Müllen Sie jetzt den Jungen wegnehmen? Ich weiß zwar nicht, warum Alina jetzt verschwunden ist, aber sie würde ihren Sohn so nie alleine zurücklassen. Da muss auf jeden Fall was passiert sein. Frau Bender, wir haben selbstverständlich die umliegenden Krankenhäuser schon abtelefoniert. Da ist aber niemand eingeliefert worden, auf den die Beschreibung passt. Was wir jetzt machen, wir nehmen eine Vermisstenmeldung auf. Und wenn Sie vielleicht ein Foto für uns hätten von Ihrer Tochter aktuelles, das würde uns weiterhelfen. Foto habe ich. Ja, habe ich ein Foto vorher. Dankeschön. Ja. Steuern und gehören, aber der Kleine ist echt sehr müde. Ich dachte, ich werde langsam mal ins Bett. Ja, wir gehen gleich zusammen in die Sonne. Nimmst du noch einen Kakao und dann kannst du bei mir im Bettchen schlafen. Na gut, Frau Bender, dann ist ja soweit auch erstmal alles geklärt. Ich würde sagen, ich schaue dann morgen Nachmittag einfach irgendwie bei Ihnen vorbei. Vielleicht ist Ihre Tochter bis dahin ja aufgetaucht und es klärt sich, warum sie ihren Sohn hier zurücklassen wird. Ja, hoffentlich, ja. Wo ist Alina nur? Sie ist ja nicht die Zuverlässigste. Aber sie würde ja niemals alleine zurücklassen. Da muss was passiert sein. Am nächsten Morgen gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Alina. Und dann droht auch noch das Jugendamt Jan wegzunehmen. Hanna Bender ist verzweifelt und holt sich Hilfe von Rechtsanwalt Niklas Dittberner. Sagen Sie mal, haben Sie denn Ihre Tochter jetzt mittlerweile mal erreichen können? Also Alina Cindy ist noch ausgeschaltet. Von ihren Freundinnen weiß ich leider gar nichts. Ich bin auch gestern extra nochmal zur Wohnung gefahren, hab geklingelt. Aber weder sie noch Nico haben die Tür aufgemacht. Also wie ich das verstehe, ist Nico jetzt auch verschwunden. Nico ist jetzt der Vater von Jan? Ja, Nico Reichert heißt er. Ich hab so einen Schiss, dass den beiden was passiert ist. Und jetzt das Jugendamt, ja. Können die Alina wirklich den Jungen gleich wegnehmen? Nein, also schnell geht das nicht. Die können sicherlich irgendwann mal daran denken, das Sorgerecht zu beantragen. Aber bis dahin vergeht noch sehr viel Zeit. Und das muss auch durch ein Familiengericht entschieden werden. Also von jetzt auf gleich geht das nicht. Keine Sorge. Was wird denn so lange aus, Jan? Ich meine, wenn die vom Jugendamt heute Nachmittag kommt und hört, dass Nico und Alina immer noch verschwunden sind, dann steckt die den Jungen noch gleich in eine Pflegefamilie oder so. Also können Sie mir da helfen, dass er hierbleiben kann? Ja, also Sie haben auch zu große Angst vorm Jugendamt. Also in erster Linie sind die auch am Kindeswohl interessiert. Und die können sich auch ausrechnen, dass Jan sich hier deutlich wohler fühlen wird bei Oma als bei irgendeiner wildfremden Pflegefamilie. Das sehen die ja auch. Wird mir aber ein Stein vom Herzen fallen jetzt erst mal. Ja, aber noch mal zu Ihrer Tochter, sagen Sie mal, steckt die irgendwie in Schwierigkeiten oder so? Also letzte Woche war sie ein bisschen durch den Wind, muss ich schon sagen. Aber ich dachte, sie hat Stress auf Arbeit oder mit Nico, da fliegen auch manchmal die Fetzen. Aber dass jetzt Nico da was mit zu tun hat, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Na ja, er ist zumindest auch verschwunden, ne? Gemeinsam mit ihr. Ähm, mal eine andere Frage. Also Sie sagten, die haben nicht geöffnet und so, als sie geklingelt haben. Haben Sie denn vielleicht einen Schlüssel zu der Wohnung von den beiden? Ne, leider nicht. Ich könnte den Vermieter fragen, ob er mich reinlässt oder vielleicht die Nachbarn, vielleicht haben die irgendwas gehört. Ja, ich finde, das wäre eine ganz gute Idee, tatsächlich. Ja. Das wollen wir mal machen. Ja, ich muss immer zurück in die Kanzlei, aber wir sehen uns nachher auf jeden Fall beim Jugendamtstermin. Alles klar. Ja, halt da. Sehr gut. Danke schön, Osmeyer. Alles klar. Bis später. Es macht mich wahnsinnig, dass es keinerlei Hinweise gibt, wo Alina und Nico sind. Und dass ich jetzt unerlaubt in die Wohnung gehen muss, das ist mir auch unangenehm. Aber hier rumsitzen, das macht mich verrückt. Hanna befolgt den Rat ihres Anwalts. Sie bringt Jan zur Nachbarin und fährt erneut zur Wohnung ihrer Tochter. Diesmal hat die Berlinerin Glück. Allerdings trifft sie nicht Alina an, sondern deren Lebensgefährten Nico Reichert. Sag mal, wo warst du denn? Warum gehst du nicht an dein Handy? Wo ist Alina? Hören wir bloß auf, die kann mir gestohlen bleiben. Wieso, was ist passiert? Erzähl. Was machst du mit der Reisetasche? Wenn du es genau wissen willst, Alina und ich haben uns vor einer Woche getrennt. Und ich bin jetzt nur hier, um die restlichen Sachen zu packen. Getrennt? Wieso getrennt? Ihr liebt euch doch. Was ist mit Jan? Was ist jetzt mit eurer kleinen Familie? Ja, schöne Familien scheiß sind wir. Deine Tochter hat mich von vorne bis hinten nur verarscht. Sie hat mich sieben Jahre lang glauben lassen, dass Jan mein Sohn ist. Ist er aber nicht. Was? Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Ich kenne doch meine Tochter. Das muss ein Missverständnis sein. Okay, ein Missverständnis. Sieht das wie ein Missverständnis aus? Ich glaube wohl nicht. Ich habe diesen Scheiß-Test nur gemacht, damit die mich beim Fußballmann in Ruhe lassen. Von wegen, Jan sieht die nicht ähnlich und jetzt weiß ich auch warum. Aber das tut mir ja leid. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Aber wenn du nicht der Vater bist, wer ist dann der Vater? Das habe ich Alina auch gefragt. Sie hat mir bis heute keine Antwort gegeben. Vielleicht hat sie den Überblick verloren, mit wem sie alles gepoppt hat. Ja, sorry. Aber wenn du Alina suchst, hier ist sie nicht. Ich habe sie seit der Trennung auch nicht mehr gesehen. Man, Alina ist verschwunden und hat Jan auf dem Indoor-Spielplatz zurückgelassen und hat ihn nicht wieder abgeholt. Was? Das will sie niemals machen. Was ist mit Jan? Jetzt ihn gut? Ja, dem geht es gut. Der ist ein bisschen durch den Wind. Er hat ständig nach dir und Alina gefragt, aber ihm geht es schon wieder gut. Aber wollen wir nicht dann zusammen hinfahren? Nee, lass mal lieber. Nee, lass mal lieber. Das wäre jetzt keine gute Idee. Aber du kannst ihn doch jetzt nicht im Stich lassen. Der kann doch nichts dafür. Der weiß doch jetzt gar nicht. Ja, natürlich weiß er nicht. Es ist auch scheiße alles, aber ich kann momentan nicht. Nein, Hanna, ich kann jetzt nicht. Wirklich. Ich liebe Jan. Gar keine Frage. Ich habe nur leider keine Kraft, mich um ihn zu kümmern. Wenn ich ihn angucke, weiß ich, dass Alina mich sieben Jahre lang betrogen hat. Und das werde ich ihm jemals verzeihen können. Als Jan nach dem Spielen einen Mittagsschlaf macht, steht Hannas beunruhigendes Treffen mit der Sozialpädagogin des Jugendamts an. Anwalt Dittberner unterstützt sie. Ja, Mensch, wie konnte die Alina das bloß alles jahrelang vor allem verheimlichen? Also, das ist echt eine Story. Wahnsinn. Das wird Ihre Tochter auf jeden Fall eine Menge Kraft gekostet haben. Ja. Haben Sie denn eine Ahnung, wie der weibliche Vater sein könnte? Ich habe mir auch schon die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrochen, aber mir fällt da so echt keiner ein. Das ist ja auch alles schön acht Jahre her. Alina hatte gerade ihre Ausbildung als Köchin begonnen. Und hatte dann mit Nico auch ein bisschen Stress, aber ob das was damit zu tun hat? Also, verzeihen Sie, aber Herr Reichert hat ein wirklich starkes Motiv, ne? Dass Sie mir gesagt haben, ist sie also jetzt eine Woche verschwunden, nachdem er von diesem Test erfahren hat. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall die Polizei bitten, ihn mal ein bisschen im Auge zu behalten. Oh, komm mal. Oh, komm mal. Und, wie sieht es aus? Sie sind Ihre Tochter nun aufgetaucht? Leider nein. Aber ich bin bei ihr in der Wohnung gewesen und alle Sachen sind noch da. Also, Sie können jetzt jedenfalls nicht vorwerfen, dass sich etwas aus dem Staub gemacht hat, die Frau. Also, ein Kind ist vongefühl, also ich da jedenfalls nicht. Naja, das wird sich natürlich erst endgültig klären lassen, wenn sie dann tatsächlich wieder aufgetaucht ist, oder? Aber, Frau Wender, was ich Sie gestern schon fragen wollte, was ist denn mit dem Vater? Also, laut unseren Akten wohnen die Eltern zusammen und haben auch das gemeinsame Sorgerecht. Also, warum kümmert er sich nicht um seinen Sohn? Also, Sie werden ihn doch sicherlich informiert haben, oder? Ja, ja. Ja, Nico. Ja, die haben ein paar Probleme im Moment. Das stört Ihnen ja einen ganz kleinen Moment, ja. Ja. Also, ganz ehrlich, die Mutter ist verschwunden, der Vater entzieht sich seiner Verantwortung. Also, vielleicht ist es für den Jungen doch das Beste, Ihnen vorübergehend in eine Pflegefamilie zu geben. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Sagen Sie mal, der ist jetzt hier bei Oma. Der ist hier im Vertrauten gefüllt und sie wollte in eine Pflegefamilie geben. Und die Sache ist gerade mal einen Tag her. Vergessen Sie, das ist doch Unsinn. Und was schlagen Sie dann stattdessen vor? Na, einfach hier bei der Oma lassen. Die hat gerade Urlaub beantragt, kann sich vorher um den Kleinen kümmern, überhaupt kein Problem. Geben Sie der Frau Wender wenigstens mal die Chance, bis sie zurückkommt und das alles erklären kann. Und was ist nach den paar Tagen Urlaub? Das schauen wir, das schauen wir. Jetzt ist einfach zu früh, das zu entscheiden. Warten wir erst mal ab. Das ist einen Tag her. Ach, das schon, aber... Entschuldigung, der Junge ist gerade aufgewacht. Ich will nur schnell eine Milch machen und komme gleich wieder. Wenn er da nicht in guten Händen ist. Frau Wender ist nicht nötig. Ich lasse Jan vorübergehend in ihrer Obhut. Aber sollte sich herausstellen, dass ihre Tochter ihn tatsächlich dort mit Absicht zurückgelassen hat, dann bin ich gezwungen, die nötigen Schritte einzuleiten. Ich hoffe, dafür haben Sie Verständnis. Natürlich, ja. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe das Beste für Sie und ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Ich danke Ihnen erst mal, ja? Ja, in Ordnung. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alina ist jetzt schon seit fast 15 Stunden verschwunden. Ich mache mir so eine Sorgen, wenn die jetzt nichts finden. Das kann doch nicht sein, dass es so gar keine Spur gibt. Zur gleichen Zeit fahren zwei Berliner Polizisten von einem Einsatz zurück zur Wache. Auf dem Weg machen sie eine schreckliche Entdeckung. Oh, guck mal, was ist mit ihr los? Sorge. Ist die besoffen, oder? Ja, weiß ich nicht. Oh, ich glaube, da müssen wir noch mal anhalten, ne? Ja. Du, die Blute. Ja, ja. Oh. Hallo? Hallo? Was geht? Alles okay? Setzen Sie sich erst mal hin. Setzen Sie sich mal rüber hier. Oh, oh, oh. Setzen Sie sich mal rüber. Alles okay soweit? Nein. Können Sie ja was erinnern, was ist passiert? Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Guck mal. Ja, ich hole mal ein RTV. 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 Oh, mein Kopf. Mein Kollege holt jetzt ein RTW, Rettungswaden. Und dann kommen Sie ins Krankenhaus. Und dann alles Weitere klären wir im Krankenhaus, ja? Ja. Bei der verletzten Frau handelt es sich um Alina Bender. Die Polizei verständigt ihre Mutter Hanna, die mit Anwalt Dittberner sofort in die Klinik kommt. Also Ihre Tochter geht es erstmal eben entsprechend gut und der Arzt ist gerade bei ihr drin. Sie kann sich auch eigentlich wieder an einiges erinnern. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also man hat meiner Mann am Telefon gesagt, dass Frau Bender auf einer Landstraße angetroffen worden sein soll. Ist richtig, wir haben Frau Bender, also ihre Tochter auf einer Landstraße verletzt angetroffen. So wie es aussieht, ist sie wohl in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Und auf jeden Fall haben wir das Auto im Straßengraub auf der Landstraße gefunden. Und einem Anschein nach ist auch noch ein weiteres Fahrzeug involviert. Auf jeden Fall sind am linken Kotflügel vom Auto ihrer Tochter Lackspuren vom fremden Fahrzeug. Aber wie gesagt, mehr wissen wir erstmal nicht, wir konnten Frau Bender noch nicht vernehmen. Und die Spuren müssen auch noch ausgewertet werden. Na gut, ist mir jetzt auch egal, wo liegt meine Tochter? Auf der linken Seite, dritte Tür. Dankeschön. Alina? Mama! Oh, schön. Wie geht's dir? Na ja, es geht so. Was ist mit Jan? Ist er in Ordnung? Ja, der ist in Ordnung, der ist jetzt zu Hause, die Nachbarin passt auf. Ist alles soweit okay. Das ist schön. Ich bin viel froh, dass wir dich gefunden haben. Wie geht's denn mit meiner Tochter? Ist alles in Ordnung? Ist das okay, wenn ich ja Mutter zuwürste? Na klar, geht in Ordnung. Also, sie hat zwei geprellte Rippen und leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Insofern der Verband. Ich würde sie gerne Nacht hier behalten zur Beobachtung. Ansonsten liest es ganz gut aus. Okay. Ich will mich auch kurz vorstellen, Herr Dittmann hat mein Name, ich bin der Handel von Ihrer Mutter. Die Polizei wird wahrscheinlich auch gleich zu Ihnen kommen und ich wollte Ihnen auch ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Wie ist die Polizei? Wie ist die Polizei von mir? Na ja, Sie sind von der Straße abgedrängt worden. Das hat man Ihnen vielleicht, oder haben Sie das noch in Erinnerung? Also, es scheint ein zweiter Pkw involviert gewesen zu sein. Ja. Nein, ich habe keine Ahnung. Es ging alles so schnell. Ich habe auch gar keinen Pfarrer oder irgendwas gesehen. Nichts. Was hast du denn da auf der Landstraße gesucht? Du hast ja beim Endoer-Spätplatz gesagt, du willst nur kurz was besorgen. Mann, was wird denn das jetzt hier? Ist das jetzt hier ein Kreuzverheuer oder was? Ich bin total fertig. Ich möchte jetzt auch irgendwo mal schlafen. Mir tut der Kopf total gut. Ich bin total fertig. Ja. Oh. 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 Das muss ich in Ruhe. Okay, meine Liebe. Ich fand jetzt ehrlich gesagt, dass die Tochter bei der Mandantin jetzt sehr kurz angebunden war. Ich meine, es müsste sich irgendwie auch aufdrängen, dass sie eigentlich nur ihre Interessen verfolgen. Und dafür war sie jetzt, ich will mal sagen, so ein bisschen unkooperativ. Also ein bisschen mehr reflektieren hätte man können. Aber gut, es kann wirklich sein, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat und dass alles jetzt der Erschöpfung geschuldet ist. Und ich hoffe, dass wir vielleicht morgen ein bisschen mehr rausfinden. Schon am nächsten Tag darf Alina nach Hause. Ihr Sohn Jan bleibt zunächst bei seiner Oma. Anwalt Diet Berner hat derweil Neuigkeiten für Hanna Bender. Sie war den ganzen Vormittag hier. Aber sie wollte mir weder was zum Unfall sagen, noch was sie auf der Landstraße gemacht hat. Und als ich sie dann auf dem Vaterschaftstest angesprochen habe, ist sie völlig ausgeflippt. Und hat hier rumgebrüllt, dass ich mich in ihr Leben nicht einmischen soll, dass mich das nichts angeht und so ganz komisch alles wieder. Also ich kenne Sie ja nicht, aber auf mich wirkt ja echt auch so, als würde sie irgendwie ablocken. Ja, ich glaube auch. Und Frau Bender, ich kann Ihnen sagen, wir müssen rausfinden, was das ist, weil Sie werden es ja vielleicht mitbekommen haben, das Jugendamt überlegt Jan aus der Familie rauszunehmen, wenn sie ihn der bewusst zurückgelassen hat. Na, wie können wir das verhindern? Also Sie müssen vor allem, würde ich jetzt vorschlagen, erst mal Zeit gewinnen, weil ich vermute mal, Ihre Tochter wird schon irgendwann mit Ihnen reden. Und bis dahin würde ich einfach das Jugendamt erstmal bitten, dass die uns Zeit geben, mal ein bisschen mit ihr zu sprechen. Und dann klöpfen wir ein bisschen mehr raus. Also bis wir nicht wissen, was mit ihr passiert ist, würde ich Sie einfach bitten, einfach abzuwerben mit einer Entscheidung. Ja, aber wenn Sie nichts erzählt, wie soll man das dann rausfinden? Hm, erst vergessen. Ja, in der Tat, pass bitte auf. Ich habe hier den Bericht von der KTU von der Polizei, ich war heute Morgen da und die haben jetzt Lackproben sichergestellt an den Pkw, das hatten Sie auch schon gesagt. Und die ist herausgefunden, dass dieser Lack tatsächlich von einem schwarzen Audi stammt. Und kann man das so genau feststellen? Das kann man feststellen, ja. Ja, jeder, jedes Fabrikat eines Autos hat einen eigenen Lacktyp mit einzelnen Zusammensetzungen und die sind alle in der Datenbank abgelegt. Da kann man genau sagen, was für ein Auto das war, Baujahr etc. pp. Womit sich jetzt die Frage stellt, Frau Bender, kennen Sie jemanden, der so einen Wagen fährt? Schwarzen Audi, kann er auch noch vielleicht verreichelt? Ja, das Ego fährt, eine rote Klapperkiste und sonst fällt mir auch keiner ein. Außer ihr macht das eh keinen Sinn, ihr habt bestimmt tausend schwarze Audis in Berlin, oder? Na ja, ja, da gebe ich Ihnen recht, aber das ist immer, ich halte es für einen wichtigen Anhaltspunkt. Also passen Sie auf, ich würde vorschlagen, Sie reden weiter mit Ihrer Tochter und ich würde jetzt mal zu diesem Indoor-Spielplatz fahren und mit der Mitarbeiterin da reden, weil, also mal unter uns, diese Geschichte mit den Besorgungen, das ist doch... Ja, das ist alles ganz komisch, das ist... So, und deswegen werde ich da mit Ihnen sprechen und vielleicht können die uns ein bisschen weiterhelfen. Ja, und Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie was Neues sagen? Ich sage Ihnen sofort, wenn ich was Neues weiß und Sie melden sich bitte auch bei mir, wenn Sie mit Ihrer Tochter gesprochen haben und die Ihnen nicht mal sagt, was da passiert ist. Ja, das behalten Sie bei Ihnen, glaube ich, für Sie kopiert. Alles gut. Alles da. Dann, ähm, toi, toi, toi. Wir hören uns, ja. Ah, Nico. Hi. Ich wollte gerade abschäden, Tia. Der liebt Feuerwehrautos. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das ist so süß, wie er sich die Nase plattrückt an der Fensterscheibe, wenn eine Feuerwehr kommt. Dann rennt er den ganzen Tag durch die Wohnung und ruft immer, ta-tü-ta-ta. Willst du es ihm nicht selber gehen? Nee, lieber nicht, Hammer. Es ist im Zimmer, ich rufe ihn. Nein, ist okay. So, ich tue es. Naja, ähm, ich höre auch ab, wir telefonieren. Wir telefonieren. Okay, danke. Tschüss. Das ist echt hart, Nico, so zu sehen. Ich hoffe, er gibt sich einen Ruck. Sieht am Blinder mit dem Krückstock, dass er den Jan vermisst. Und der Jan ihn auch. Wenig später befragt Niklas Ditt-Berner im Indoor-Spielplatz die Erzieherin Sibylle Ulrich. Doch die scheint zunächst keine große Hilfe zu sein. Wissen Sie, hier war die Hölle los. Überall herumlaufende, kreischende Kinder. Kann ich nicht noch auf die Eltern. Ja, ja, nee, verstehe ich schon, klar. Aber trotzdem muss ich mal fragen, haben Sie sich vielleicht mal, ich weiß nicht, im Befeld telefonieren sehen oder so? Oder hat sie Ihnen gesagt, wo sie hin will, vielleicht auch irgendwas? Also, nee, gar nicht. Gar nicht bemerkt. Gut, hätte sein können. Ich danke Ihnen trotzdem, ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ach, sagen Sie mal, gibt es auch noch in anderen Bereichen solche Videokameras? Wir haben einige. Also, das ist die, ne, vom Kassenbereich, im Außenbereich ist noch eine. Könnte man sich die mal angucken? Na klar. Gibt es die auch vom Tag, sag ich mal, also von diesem, ja? Die Polizei wäre auch hier, also wir haben es sogar noch auf dem Rechner. Ach, lass es. Ja. Moment, ähm, es ist gegen 16 Uhr, muss das gewesen sein. Ja, drei Stunden vor Geschäftsschutz, also 19 Uhr, glaube ich, machen Sie zu, ne? Genau. Hm, das müsste es sein. Guck mal, so, das ist die Aufnahme. Dann gucken wir doch mal. Und das ist jetzt der Eingangsbereich, oder was ist das jetzt? Genau, das ist der Eingangsbereich. Ja, das ist sie auch schon, ne? Das ist tatsächlich Frau Bender. Sehen Sie das? Sie wird so ein bisschen aufgewühlt. Ah, das ist, äh, was ist das denn? Scheint irgendwas im Busch zu sein, ne? Könnten Sie mir davon vielleicht eine Kopie zukommen lassen, zu mailen oder so? Na klar, ja. Ja, ich will da eben mal den Mailer, dass Sie ausschreiben. Ähm. Ist das, ist das Ed-Zeichen, oder? Richtig, ganz genau. Ähm, ja, gut, wunderbar. Riesen, alles klar. Ich danke dir. Also, dieses Video beweist uns wirklich eine ganze Menge. Und zwar zum einen, dass Frau Bender hier einen erheblichen Streit gehabt hat, bevor sie abgehauen ist. Sie wurde sogar von dem Mann geschubst, er ist hinterhergerannt. Das ist was, was man nicht so einfach vergisst. Und außerdem beweist es auch, dass Frau Bender uns das verschweigt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. Und deswegen will ich Sie jetzt gleich mal zur Rede stellen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor.